Was geht ab, meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer noch wunderschöne Menschen zu sehen, Friends, wir geben uns den 17-sekündigen Trailer von Kolle, der gestern Nacht hochgeladen worden ist, ähm, oder heute Nacht, ich weiß es nicht genau, äh, und zwar er kehrt zurück am 22.07. diesen Freitag, also kommt die zweite Single-Auskopplung, ähm, vom ZHT5, worauf ich mich sehr, 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 sehr doll freue. Wir sehen schon in der Beschreibung, der Song wird Showtime Forever heißen, aber mit 4 geschrieben, also Forever, Showtime Forever, eigentlich wird Forever F-O-R-E-V-E-R geschrieben, right? F-O-R-E-R. Ja, doch, ja, eigentlich schon, das heißt, vielleicht irgendwas mit 4, aber was könnte das mit 4 zu tun haben? Showtime Forever. Ich weiß es nicht, ich bin sehr gespannt Wir gucken bei den 17 Sekunden rein Ich freue mich sehr drauf Bis jetzt die Probephase finde ich sehr sehr gut Sehr sehr viel Content, sehr viel Stuff, es sieht jetzt schon aus Wie Dings, als ob hier gleich Bruce Waynes Eltern getötet werden gefühlt Wir schon rein Ey das hat übel diese American Movie Vibes Okay das war es schon Das war es schon, das war sehr kurz Wir haben einfach hier Den Boss, wie er auf uns zuläuft Hier hinten Walk, don't walk Hier haben wir einen Typen am Telefon Hier geht jemand lang Das hat schon sehr diese Das hat echt so, als ob gleich hier Bruce Waynes Eltern In dieser Gasse getötet werden, das ist schon geil Das ist schon nice, das hat schon einen Geilen Vibe Schöner Mann muss man sagen Schöner Mann Showtime Forever Also es ist irgendwas mit 4 Weil Forever wird doch so nicht geschrieben Oder bin ich jetzt gerade komplett dumm Forever wird doch so geschrieben oder nicht? Ja, Forever wird so geschrieben Gut, also ich bin nicht komplett dumm Das heißt ich bin sehr sehr gespannt Ob das irgendwas mit 4 zu tun hat Ich dachte ganz kurz Showtime Forever Showtime Bei Showtime denke ich irgendwie an Spotlight Von Dings Boss Aura Aber Ich hab keine Ahnung Ich bin sehr gespannt Ey, ich wollte nur kurz den Trailer mit euch gucken Weil ich aber auch ehrlich gesagt dachte Dass wir hier vielleicht Zumindest nur die erste Zeile vom Song drin haben Oder so Aber ich möchte allgemein wieder mehr Zum ZHT5 hier Covern auf dem Channel Deswegen habt ihr jetzt hier noch ein kurzes Bonus Video heute Ich hoffe das ist okay für euch Neben der Asche Reaction Ey Friends Schreibt mir gerne rein Was denn dir was hat das mit dem Titel auf sich Ist das ein kleiner Hint Oder nicht Und dann würde ich sagen Sehen wir uns spätestens Am Freitag Beziehungsweise Donnerstagnacht Mit der Song Reaction Ich bin sehr gespannt Habt einen wunderbaren Tag Bleibt fresh so wie immer Und ciao